Hallo, hier ist Marco von Wärmebild24, wieder haben wir ein neues Gerät da, auch aus der HIC Mikro Serie, das OBL35, wo Sie bei dem Gerät drauf geachtet haben, ist der Dioptrinenausgleich, das macht sich wirklich super, super angenehm, auch die Gummikappe, setzt sich super aufs Auge drauf, schließt schön ab, haben Sie gut gemacht, das Gerät hat ein Gewicht von 420 Gramm, also auch noch in Ordnung von der Größe her, wenn wir das mal vergleichen, wir haben 50 Hertz, wir haben einen OLED Bildschirm, von der Qualität her wirklich super, wir können mit dem Gerät Aufnahmen machen, können diese auch wieder überspielen, haben hier einen digitalen Zoom von 2 bis 4fach, also auch eine ziemlich geringe Grundvergrößerung, womit auch der Jäger im Wald gut klarkommt.